schau dir das an jetzt das fahrzeug ist komplett so wie ein rennen fahrzeug hallo leute willkommen zurück bei redox für unser let's play carmechanics simulator 2018 mit unser shelby cobra mit unserem ford mustang gt 3000 was war das noch ich hab's ich war einfach in urlaub sie wissen das auch und jetzt ich habe alles wieder verloren shelby gt 350 jetzt okay aber ich sehe schön da haben wir auch viel gemacht da fällt mir die zustande der karosserie und zustand innerraum okay aber jetzt sie sehen dass man hat trotzdem schon eine gute gewinn 129.000 aber gut das fahrzeug ist noch nicht fertig wir haben noch nicht mal getestet wie das aussehen auf die strecke so erst mal ich muss noch die karosserie teile kauf dann werden wir das zusammen kaufen das ist sowieso ein workshop weil das ist eine mod und dann muss ich alles kauf für die shelby gt ich schreibe gt 350 mal sehen was ich finde so jetzt jetzt haben wir alles so was ist das karosserie schreibe links ok ja es kommt es kommt ok 1 dann dass die ecke klappt die außenspiegel außenspiegel a jetzt haben wir verschiedene kopflügel hinten links ok kopflügel vorne ich werde sage ich nehme alles b weil das sieht gut aus kopf flügel das muss man kauf das ist die bestimmt das kommt dran ok kopflügel hinten rechts links ok das ihre auch ok motor oben das ecke klappt ok rücklichte rücklichte ok was haben wir noch schweinwerfer ok schweinwerfer stoß stänger intern aber ich nehme die b weil schweinwerfer stoß stange b so durchscheibe durchscheibe vorderteile ok ich nehme der b der sieht besser aus türe ich weiß auch nicht mehr ich habe das gekauft oder kauf ich wieder und ok und was ist mir die das habe ich auch bestimmt auch nicht mehr gekauft ok gut jetzt aber wenn wir alles normalerweise da könnte man auch alles rein baue ok so mutter schon chaos retail ok stange vorne so es dauert ein paar sekunden jawohl da sieht aber böse jetzt die corvette so die mustang sieht etwas sehr böse aus so die schweinwerfer jawohl so jetzt ich muss schweinwerfer rechts ok jetzt kleinen moment da brauchen wir noch ein nummer schild der motor oben das machen wir auch dran so motor oben jawohl das kann man zu machen oder windschützscheibe ja machen wir das dann zu die koffer rum so motor oben windschützscheibe jawohl aber das sieht aber jetzt war richtig böse ok jetzt brauchen wir noch ein paar sachen das ist auch noch nicht vorbei türen von links ja das machen wir auch komplett fertig werde ich auch behaupt so da kommt noch kopf flügel intern links ok aber was war mir die färbe die kopf flügel muss ich noch moment mal ich glaube ich muss noch was dran ok moment die montage und chaos detail kann ich nicht nur das ok nur das ok gut dann habe ich etwas falsch gekauft bestimmt weil da war noch gt 350 ja und manchmal noch die probe teste gemeinsam und das fahrzeug ich weiß nicht ob ich über das verkaufen sieht aber es ist ein guter fahrzeug vielleicht lieber die audi verkauft und das fahrzeug behalten ja weil das audi ich muss zugebe dies gut aber wenn ich habe etwas besser als die audi in der garage eingang ist auch besser werden wir sehen was ich mache dabei weil ich habe noch geld diese noch 1,3 da wird es noch einfach viel fahrzeug geben normalerweise weil ich habe noch viel mods ich bin auch nicht mal durch mir die ganze mods auf meine spiel das muss ich auch zugeben bei euch es dauert noch bis das ist alle gemachte so der vordeteil aber das ist ein spoiler ich weiß nicht wer hat diese übersetzung gemacht mit dem mods vorderteil ach du lieber gott oje 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 das fahrzeug ich behalte das fahrzeug das ist ja meine fahrzeug jetzt leute der fahrzeug gehört mir jetzt der sieht aber richtig böse aus so jawohl so dann jetzt kommt noch montage rücklicht links wobei wir haben so extra große reife aber durch die verbreitung wurde chaos rücklicht sieht man auch nicht dass das kippe groß große reife dran zu rechts rücklicht rücklicht rechts ja die sieht aber böse mit dem voll stoff stand ja jetzt rücklicht eck klapprecht ja das sind die auspuffanlagen ok ok perfekt ok jetzt achtung da sind wir noch nicht mal fertig chaos schreibe rechts mit die lackierung ich weiß es nicht ganz genau vielleicht mal was ist das für eine ok habe ich das gut gemacht mit diese mit die scheibe intern weiß ich auch nicht ganz genau so da fällt mir noch die auspuff die ausenspiegel und dann gehen wir sofort zu die lackierei aber ich sieht böse das sind aber böse diese fahrzeuge so jetzt moment da war noch etwas nein fahrzeug nicht bewegt montage und chaos vital ja kopf flügel hinten rechts ja aber die farbe die endlich mache ich etwas andere weil das grün da bin ich mal nicht so der freund mit dem grün aber ich sehe etwas auch andere zum montag und chaos die teile dem montage ja ok nein das war auch dieselbe ok gut schaut ihr das an jetzt das fahrzeug ist komplett sowie ein rennen rennenfahrzeuge ok jetzt bewegt mal das fahrzeug die lackierei ja weil das fahrzeug ist was besondere so lackier kabin fahrzeug lackieren so jetzt kurze überlegung was machen wir für farbe so grün will ich auch nicht habe erst mal matt metallic effekt optional lucky nein das gibt kein optional ok matt perleffekt flipflop chrome das war auch was ich die letzte zeit geil findet diese chrome effekt im lila oder nein was ist das für ein farbe was ich mache jetzt gerade jetzt kommt etwas andere ok was ist das für ein farbe jetzt wäre das schwarz ok warum nicht in eine schöne schwarz das passt auch schön aber das wird zu l moment ich bin auch ja ich glaube dass diese farbe passt auch schön so ein schwarz jawohl das machen wir so ob fahrzeug lackieren aber das ist dann zurück zur werkstatt ok moment fahrzeug bewege zweite stellplatz jetzt muss mal sehen ob da habe ich eine gute schwarz gemacht oder der schwarz der ist mega das schwarz ist mega da fällt nur noch ein paar rot so vinyl und das fahrzeug ist bombastik ok erst mal die odi ich verkauf das odi es tut mir leid so die odi tts ist weg weil ich ich will das fahrzeug behalten das finde ich auch so klasse so schild nicht mehr schild da war man auch nicht mehr schild dran da war noch zeit nicht mehr schild wo war das noch nicht mehr schilder was nehmen sie oh nehmen wir germany ja nehmen wir germany so zwei stück und dann redox das ist auch amerikanische fahrzeug aber egal mal deutschland schild dran nicht mehr schild jetzt bin ich gerade weg da sieht er aber richtig böse so montage und teil vordere nümer schild ja die alt kommt weg so jetzt kommt germany jawohl aha germany redox und okay das war ein rücker mit dem spiel ich habe auch angst gehabt äh montags und chaos italia hinterher nümer schild so rücker nicht aber der spiel hat sich geblockt ja und leider gibt das keine neue update irgendwie die haben auch keine lust mehr mit dem spiel etwas zu machen ja die haben auch geld gemacht und jetzt ist das spiel auch auf konsole verfügbar und ja okay jetzt aber das fällt noch etwas oder ich denke auch schön dass es fällt noch etwas dran und da schon teil ja ah kopflügel vorne links nein doch das fällt noch dass ihre die kopflügel vorne links und irgendwie fällt noch aber aber jetzt da muss ich noch ah jetzt muss ich noch guck mit die lackierung weil jetzt das wird auch nicht mehr passt Fahrzeug bewegt nein mutagen mutagen aber jetzt könnte ich das nicht mehr einbauen oder moment ich muss runter gehen ah moment mal demontage was könnte man demontieren ah kopflügel vorne rechts aber die sind auch ja machen wir weg machen wir die andere kopfflügel kopfflügel vorne rechts ist die jetzt eingesetzt nein erst mal die ja jetzt boah das sieht aber krank jetzt so jetzt muss ich noch gucken wieder es war mir die lackierung aber jetzt moment mal da fällt uns noch die beschriftung so die gt 350 oder könnte man das ordentlich mehr ansetzt nein ok gut aber das ist auch besser so weil da hat man auch das gefühl gehabt dass ok lackierei wo war das noch Fahrzeug bewege zu lackier kabinen ja weil jetzt das ist blöd wir haben das ganze Fahrzeug lackiert aber da war noch nicht alles dran das war mir auch klar das war mir auch klar ja ok jetzt kammer das ist auch wieder die ganze schwarz ah ha 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 ok zurück zur werkstatt ja aber jetzt die gt 340 die behalte ich fahrzeug bewege so die shelby diagnose part nein motor prüfe stand ach du hast kein motor äh äh so wie immer ich vergesse immer diese motor motoröle äh so äh Fahrzeug bewege zweiter stellplatz gut die erste ist jetzt wieder frei aber so motor und öldeckel weg jawohl und ölufühle jawohl ah ich weiß nicht was kommt aus leistung raus mit dem Fahrzeug obla obla zu viel zu viel tschüss so jetzt raus ok so jetzt fahrzeug äh getriebe tuning ja da haben wir auch ein getriebe tuning dran da will ich auch was raus gibt's mit performance so fünfte gang nein manchmal sechste gang uff was ist das für eine übersetzung ich werde zeigen die getriebe machen leider nicht so hoch 3,30 ja uff aber 171 zu 132 ui das wäre zu viel oh machen wir 121 machen wir ihre 168 ok jetzt machen wir wieder das dran 232 ja 231 jawohl aber 331 das wäre auch aber zu viel 282 ja und sechste gang sechste gang komm die mama äh ich weiß nicht was könnte man raus kitzel 402 kammer wäre zu viel ab 370 mal versuchen mit 370 kammer kammer mal sehen vielleicht erreichen wir das auch so äh fahrzeug bewege jawohl jetzt wollte man auch die motor diagnose so motorprüf gestanden so jetzt hoppla motorprüf gestanden jawohl so achtung start leistungstest da bin ich mal gespannt laut die erstellung angabe 420 ps oh und ich habe auch vergessen die ganze äh angaben und der fahrzeug zu machen aber das machen wir nach der folge vielleicht 771 ps das ist auch nicht so viel ich habe geglaubt das werden wir auch richtung 830 oder so aber ja ok war mal falsch ich so ich war falsch aber trotzdem es ist nicht schlecht so fahrzeug bewegt zweite stellt platz 771 ps das ist auch nicht so verkehr da wollte ich noch in ihrem pflege setzt zweite stellplatz ja jetzt haben wir das auf die zweite stellplatz können so in ihrem gerad gerät benutzt jetzt jetzt könnte man sehen wie viel geld wenn ich verkauft das fahrzeug fahrzeug an wo somit 771 ps ja bestimmt sind ein paar kaufe dazu interessiert aber nein leider das fahrzeug das fahrzeug das fahrzeug das fahrzeug das ist meine fahrzeug jetzt ja weil jetzt ich habe übrig keine fahrzeug für den moment gut ich habe viel im garage aber noch nicht mal eine für mich privat jetzt das ist mein so tor der so wir treffen uns zum vormax teststrecke bis gleich so jetzt wir sind gerade mit uns gt 340 und das ist ein mod übrig von die bob 77 das ist eine gute mode aus der steam community so er hat mehrere fahrzeuge gemacht empfehlungswert von dem spiel sage ich euch so ok jetzt achtung jetzt geht das los ok ich versuche mal die geradezu alt vierte gang fünfter gang da ist noch lüfter sie sind auch aber die 370 ich glaube nicht dass wir erreichen das 319 ok aber trotzdem von 0 bis 100 im 0 3,8 ist auch nicht weg ok neue start ja es ist mal auch schon eine diese eck spoiler das ist aber eine geile sache das ist mal eine geile wagen ehrlich ok jetzt ich wollte start zu versuchen mal auch die beste start weil ich habe irgendwie auch meine stadt nicht so gut gemacht ok das geht das geht das geht ab das geht ab 250 ja ich war noch besser mit dem stadt 0,3 0 8 da habe ich noch die 800 und ein kammer mehr gemacht ok auch nicht verkehr und 0 bis 300 in 0,21 20 sekund das ist eine ok zurück zu wer statt so wir sind zurück jetzt das kommt zu die erste stellplatz ja weil man war auch wieder so wie alle sowie damals dass wir haben auch wieder platz jawohl und das ist meine fahrzeug für den moment geile fahrzeug und das war auch das mal richtig spaß haben sie auch gesehen mit dem verbreitung von der karosserie spitz ok in der nächste folge werden wir anfangen mit unserem mercedes benz da ist noch der motor der motor habe ich auch noch nicht mal gebaut ja das ist nach dem damalige motor ja die karosserie in einem guten zustand muss man auch zugeben das gibt auch nicht so viel arbeit dran glaube ich auch nicht gut der motor komplette tuning zu bauen und ja werden wir alles gemeinsam das machen so wir haben so ich verkauf nicht der malere fahrzeug weil es tut mir leid ich habe keine einzige fahrzeug für mich selber gut viel sind in meiner garage aber die habe ich noch nicht mal fertig gemacht zum beispiel ich habe doch ich habe ich habe trotzdem eine fahrzeug auf mich selber diese deutsche charger weil seit ich spiel mit dem spiel ich muss zugeben die deutsche charger die kommt gar nicht mehr auch nicht mal eben die schrott platz weil für die moment ich mache keine auktion ich kaufe alle fahrzeug im schrott platz weil das kostet auch weniger geld und man man sparen auch sehr viel geld ok dazu haben wir noch die mercedes benz und dann die subaru in der neue folge sowieso ich holte mir ein neues fahrzeug das werden wir auch gemeinsam noch machen ich hoffe mal etwas neu für euch auch weil wir haben auch sehr viele fahrzeug gemacht gemeinsam aber nicht wie gesagt ich habe ich gesagt in dieser part dass wir haben auch nicht alle durchgemacht ok und ich sehe auch schön dass es gibt immer noch abend zu es blockiert sich der spiel aber gut ich brauche mich noch für zu schauen und wir sind gerade dienstag der siebte januar ich schlag das auch für mittwoch und ja die nächste part wird wahrscheinlich so so wie immer nach dem büro kommen ich mache auch sie sehen auch nicht nur ein projekt ich wieder abwechslung gibt für euch alle und es sollte auch spaß und auch für alle etwas dabei zu sehen sein ok ich bedanke mich noch und wir sehen uns noch schau mal gut ja 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 Bis zum nächsten Mal.